bei welchem anbieter so gespielt ich suche ja auch noch gerade einen guten wo man schnell einzahlen kann gute gewinner hat und so und die auch fair sind und alles da kommt noch weiter mach weiter weiter schade wenn er da noch hingegangen wäre das wäre heftig aber so schon krass das ist ein heftiger gewinn guck mal 91 euro heftiger scheiß einmal drücken entweder 84 oder 140 mal gucken war ja klar aber ich nehme mit was soll's typico games okay gut zu wissen schade aber wildfrog zahlt gut der zeit gut war ein guter tipp trapez na endlich sehr schön nachdem es da zwei dreimal vorbeigefahren ist dachte ich schon es kommt nicht mehr aber da kam es dann sehr schön der machte eine ziemlich lange show immer vor dem freispiel nach und dann erstmal sakrophag rein und so das ist eigentlich ganz geil so so ich will kopf und das sind meine lieblingssymbole wir hatten ja schon mal glaube ich vier stück oder so im stream einmal also kann was kommen und sehen das ist das minderwertigste und erbärmlichste symbol mal gucken ja ich finde die animation auch gut stefan muss ich sagen also das ist gut bei dem spiel einmal vollbild 10er muss eigentlich muss ergeben das wäre geil schnittlauf schneider das wäre geil man a3 ist schon ganz gut eigentlich oder ja okay ich dachte ein bisschen mehr aber geht schon danke bratan das hoffe ich auch mal gucken noch mal drei ok läuft ganz gut das ding ist auch gut animiert also gefällt mir gut schade noch eine verlängerung der geil gewesen hakan wo bist du ich bin in hamburg oh sehr schön vier stück geil schade dass er den fünf nicht gegeben hat das wäre krass 12 ag ist fünf mal nicht über 600 euro aber 150 euro ist auch schon ganz schön krass das ist krass das sieht man nicht häufig ich wusste da gibt mit denen mehr als mit 10 also 10 hat er noch nicht einmal vier gegeben da gibt er sogar fahrer häufiger das ist immer heftig schade schade jetzt noch eine verlängerung wäre heftig gewesen aber war gut danke das war ein geiles bild also habt ihr euch bei instagram nicht umsonst das gewünscht jetzt frisst er das geld gerade sehr schnell jetzt brauchen wir mal langsam freispiele so ok mit ansage neidisch worauf stefan ich mache doch hier kein geld mann ohne wenn die spenden reinkommen ich mache manchmal 56 euro maximal davon nimmt noch youtube 40 prozent weg 1000 freispiele nicht vier euro nicht mal 50 euro gewinnen das ist kratzschäge ja so ist das halt mal gewinnt man mal verliert man das übliche na endlich na endlich ich dachte schon es gehen wieder freispiele vorbei wo er nicht einmal irgendein bild zeigt aber immerhin das ist schon mal ganz ordentlich war es auch ein gutes symbol weil das kommt relativ häufig habe ich das gefühl und die gewinne sind ziemlich krass auf 80 cent 64 euro stabil wenn er das jetzt noch einmal geben würde wäre richtig heftig sogar ne ok aber dann gehen wir ja auch raus bei klonen bonus das war zu viel des guten ein bisschen der hat viel geld gefressen aber wieder zwei alter er täuscht an er will doch eigentlich in die freispiele rein so jetzt aber die leiter noch mal so da sind die 140 sehr schön es war ein harter kampf aber jetzt habe ich sie geknackt sehr schön okay auf 150 kann er kann geben okay danke juri hartung vielen vielen dank das ist nett von dir ich weiß zwar nicht womit ich leute abzocke aber oha geil verlängerung auf 1 50 nicht übel nicht übel mit verlängerung auf 1 50 jetzt kann er krass geben er muss nur viele von den dingern geben jetzt in horus ja genau little rick danke blu danke bratan vielen dank ok schon 28 freispiele und jetzt schon beim vogel also er kann krass geben jetzt jetzt kann es heftig werden hey sandro beschwört nicht aber das wäre in ordnung wenn man dafür richtig geilen gewinn hat wir hatten ja schon jetzt sind wir schon ein bisschen am stream ist nicht nicht so kurz eine stunde 15 schon das geht meint so arthur guck mal er gibt krass er gibt wirklich krass das müsste jetzt bis auge sein dann noch 20 freispiele heftiger scheiß alter das könnte ein heftiger jackpot werden mal gucken ob ich das überhaupt zu ende filmen kann weil einer zu krassen gewinn gibt über 1000 dann kommt ja die ganze pause und so er hört gar nicht auf hoch zu schmeißen heftig alles was er vorhin bei links nicht gegeben hat bei tisona gibt er jetzt guck mal jetzt noch 19 19 freispiele heftig sehr schön einmal fünf knackige 200 euro jetzt geht's ab du sagst es ruhig also freispiele freispiel sind schon auch die freispiele kommen häufig aber verlängerung kommt richtig selten bei diesem spiel dann schmeißt du noch so gute gewinne krasser scheiß das ist gut habe ich bisschen content für den heißt das für die highlights videos wenn er jetzt noch eine verlängerung gibt wer krass auf jeden fall kimberley auf jeden fall er gibt gut einmal vollwäschen noch nicht schlecht das fehlt noch krass er gibt richtig gut er gibt richtig gut das gibt es ganz ganz selten bei of oris und dann auch noch auf 1 auf 150 verlängerung geschmissen und noch zehn freispiele übrig heftiger scheiß spiel mal alles spitze valentin haben eine kleine spende rein nur ein euro oder so und dann spiele ich gerne alles spitze gar kein problem gar kein problem supporte mich und dann spiele ich gerne worauf ihr bock habt gar kein thema jetzt auch viel geld da da muss man dazu sagen einmal vollbild muss er machen oder halt vollbild ein bisschen viel aber zumindest noch einmal fünf wäre geil einmal vollbild muss er machen oder halt vollbild ist ein bisschen viel aber zumindest noch einmal fünf wäre geil Schade, nur vier. Komm schon, fünf sind drin noch einmal. Nehmen wir mal die AGs, warum nicht? So, nehme ich euch mal mit. Mal gucken, ob er da noch was gibt. Das war krass, muss ich sagen. Auf 1,50 sehr gute Freispiele gehabt. 147 Leute am Start, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, ihr könnt auch richtig was sehen. Jetzt spielen wir nämlich das hier auf vier Euro. Jetzt geht's ab, Magic Mirror. Er kann mies geben oder halt alles wegnehmen. Mal sehen, ob wir dann den Rekord vielleicht doch noch knacken von 158 Leuten. Müssen ja noch zehn Leute kommen. Auf jeden Fall nichts bei dir. Jetzt läuft, jetzt ist viel Geld da. Also, ich glaube, wir machen das hier auf jeden Fall. an alle auf jeden fall die neue dabei sind nicht vergessen kanal abonnieren dem stream daumen hoch geben support mich ein bisschen und dann wird gut bruder ich kann nicht buchen ausmachen aber jetzt gibt es freispiel auf 4 euro bei magic mirror krass jetzt kann sehr sehr viel gewonnen werden da bin ich mal gespannt alter 149 leute am start sehr schön so viele leute wieder da am besten direkt kanal abonnieren wir streamen mal dienstag donnerstag sonntag 20 uhr manchmal gibt es wilde gewinne wie ihr seht damit ihr nichts verpasst mal sehen stefan mal sehen oh nein es stoppt alles schnell durch schade es macht immer nicht so viel spaß so zuzugucken aber vielleicht gibt er ja was das wäre krass ato man so ähnlich maxi farm aber als sparschmann würde ich jetzt nicht benutzen aber so viel immerhin okay fünf wenn 300 euro das ja krass oder stich auf zehn linien oder fünf ich weiß gerade nicht sind auf jeden fall 6 ag ist hi havera was geht bei mir ist alles klar 10 ag ist schon mal noch dazu heftig alter das ist krass leider gar nicht mal so viel gar nicht mal so viel schade gucken wir uns ja geht es noch mal so dann gehen wir mal raus magic mirror aber es gibt ja noch andere spiele wo man freispiel auf 4 euro kriegen kann so ganz chillig die 140 wenn der automat gibt dann gibt er jetzt ist die leiter warm jetzt knackt man die 140 ganz chillig stefan ich hoffe du führst du führst du die strichliste du führst du führst du die strichliste